Die Mitarbeitenden unseres Instituts kommen aus vier Kontinenten. Sie vertreten sieben Konfessionen und sprechen zehn verschiedene Muttersprachen. Das ist eine sehr inspirierende Vielfalt. Tatsächlich ist das Spektrum der Theologischen Fakultät an der Universität Bern sehr breit. Dazu kann auch die Judaistik in Bern beitragen. Unser Institut ist unter dessen zehn Jahre alt und versucht, die gesamte Breite des Judentums von den Anfängen bis zur heutigen Zeit auch in Bern mit einzubeziehen. Vielfalt leben wir bei uns an der Fakultät täglich, denn alle stehen wir an anderen Lebenspunkten. Je nachdem, ob man direkt vom Gymnasium kommt, sich zuerst fürs Familienleben entschieden hat oder bereits ein Studium und ein Berufsleben hinter sich hat, so wie ich.